Die Abenteuer von Bernd Schäferhund und Trixi Dackel Folge 10 Eins, zwei, drei Wieder einmal sehen wir zu, wie unsere beiden Freunde hier langsam wach werden. Zuerst Trixi, denn sie ist auch etwas jünger, und dann Bernd, unser alter lieber Freund Bernd. Trixi Dackel und Bernd Schäferhund Schön, die beiden so zu sehen. Man merkt direkt, wie viel Vorfreude sie für diesen Tag schon in ihrem Gesicht stehen haben. Den ersten Schritt macht Trixi. Sie hüpft mit ihren Vorderpfoten zuerst aus ihrem Körbchen. So schnell, dass sie beinahe eine Rolle vorwärts macht, und sie sich ihre Hinterbeine fast selbst um die Ohren haut. Tja, wenn man mal länger so eingekrümmt in einem kleinen Körbchen geschlafen hat, dann kann man auch schon mal verspannt sein, sagt sie zu Bernd, der noch mit einem geschlossenen Auge halb schlafend, aber lachend in seinem Körbchen liegt. Lust auf ein Wettrenn nach draußen, Bernd? fragt Trixi ihren alten Kumpel. Das war natürlich ein Scherz, denn unser Bernd ist leider nicht mehr der Jüngste und hat bei einem Wettrenn keine Chance gegen Trixi, die noch schnell ist wie ein geüllter Blitz. Bernd steigt aus seinem Korb und streckt sich kurz. Dann macht er sich auch schon auf dem Weg nach draußen in den Garten. Direkt hinter Trixi her. Nicht so schnell, aber genauso schwanzwedelnd. Denn das Alter hat mit Freude und Glück rein gar nichts zu tun, sagt Bernd Schäferhund immer. Draußen im Garten angekommen, gehen beide entgegengesetzt ihre Runde entlang der Büsche, Sträucher und Bäumchen und erschnüffeln alles, was in ihrer Abwesenheit passiert ist. Bernd verschwindet in den Sträuchern und Trixi läuft zur Terrasse zurück. Sie legt sich in einem Doppelkorb direkt unter dem geöffneten Esszimmerfenster. Dort hört sie ihren Herrchen bei einem Telefonat zu. Sie wedelt mit dem Schwanz voller Neugier und unfassbar aufgeregt, als Bernd zu ihr kommt. Bernd ruft sie schon von Weitem. Bernd, komm nicht näher, geh direkt zum Blätternest an der großen Eiche. Jeder weiß natürlich, dass das nicht nur Trixis Lieblingsplatz ist, sondern auch, dass dies grundsätzlich der Platz für Ideen, Pläne oder sonstige Besprechungen, die von spezieller Wichtigkeit sind, ist und auch gerne dafür genutzt wird. Bernd liegt dort schnaufend und wartet wie immer. »Trixi«, sagt er, »Trixi, wir sind doch gerade erst draußen. Was gibt es denn so Wichtiges?« Trixi kann sich vor Aufregung nicht halten und dreht sich im Kreis. Es sieht so aus, als würde sie ihren eigenen Schwanz jagen. Dann fängt sie an zu erzählen. »Bernchen, mein alter Kumpel, ich habe ein Gespräch am Telefon mitbekommen. Wir bekommen Besuch. Nein, viel besser. So wie es aussieht, bekommen wir einen neuen Gast.« Bernd grinst und schweigt. »Bernd, ich meine das ernst,« sagt Trixi, »du wirst schon sehen.« Bernd nickt nur und sagt, »Trixi, wenn du mal in meinem Alter bist, dann siehst du alles etwas lockerer.« Trixi antwortet, »Schade, Bernd. Dass du ein älterer Hund bist, stört mich überhaupt nicht. Aber dass du dich nicht mehr so wie früher freuen kannst, das finde ich schlimm.« Bernd unterbricht Trixi, »Hey, Trixi, so war das nicht gemeint. Natürlich freue ich mich noch. Ich genieße jedes Abenteuer, was wir zusammen haben. Sorry, wenn das anders rüberkam. Erzähle mir doch mal, worum es geht.« Trixi freut sich und spricht, »Na gut, Bärnchen. Ich habe gehört, dass die Tochter einer Bekannten von unseren Herrchen einen ganz kleinen Hund hat. Ich glaube, ich habe gehört, dass er Cassie heißt. Einen Nachnamen habe ich nicht gehört. Naja, auf jeden Fall muss die Tochter fürs Studium verreisen und Cassie soll so lange zu uns in den Garten. Zumindest habe ich gehört, wie die Frage kam, ob der kleine Hund anstatt zu ihrer Mutter nicht lieber zu uns kommen kann. Denn hier wäre er ja nicht alleine und daher sehr gut aufgehoben. »Bernd, Sie haben Ja gesagt. Deswegen war ich doch auch so aufgeregt. Cassie kann also jeden Moment gebracht werden. Wir müssen doch etwas machen, oder etwa nicht?« Bernd reißt seine Augenbrauen so hoch es nur geht und man kann ihm ansehen, dass er voller Freude ist. Plötzlich liegt er nicht mehr eingekuschelt in Trixis Blätternest, sondern steht auf allen Vieren wie ein Junghund und wedelt mit dem Schwanz. »Trixi, du hast recht«, stottert Bernd, der sich immer mehr freut. Dabei beißt er sich fast selbst auf die Zunge. Trixi schreit, »Juhu, dann machen wir es dem Hund hier so bequem wie möglich.« Aber noch bevor Trixi aussprechen kann, klingelt es an der Tür. Aber nicht nur das, nein, man hört auch jemanden bellen. Und das war weder Bernd noch Trixi. Tatsächlich rennt ein kleiner Hund durch den Garten wie eine Rakete. Echt, ohne auch nur eine kleine Pause zu machen, rennt der Hund und rennt. Die Herrchen kommen kurz mit dem Besuch in den Garten, blicken zufrieden auf den rennenden Hund und gehen direkt wieder ins Haus. Perfekter Moment für Trixi, um sich vorzustellen. Bernd ist immer noch sehr überrascht. »Hey, Cassie, du heißt doch Cassie, oder?« »Ich bin Trixi Dackel und der ausgewachsene Rüde da drüben, das ist unser Bernd, Bernd Schäferhund. Wie geht es dir? Bleibst du denn jetzt hier oder etwa nicht?« Cassie stoppt und versucht hechelnd zu sprechen. »Ja«, sagt sie, »so wie ich es gehört habe, soll ich ein paar Tage hierbleiben. Ist das okay für euch zwei?« »Natürlich, sagt Bernd, kein Problem, Cassie, wie...« »Ähm, wie heißt du?« Cassie spricht zögerlich. »Ich heiße nur Cassie bis jetzt. Ich habe gar keinen Nachnamen, so wie ihr beiden. Ich weiß auch nicht genau, warum.« »Dann müssen wir dir einfach einen passenden Nachnamen geben,« sagt Trixi Dackel. »Oh, das wäre super,« freut sich Cassie schon gespannt. »Hast du denn eine Idee, Trixi?« »Ja.« »Wie wäre es denn mit Cassie Dalmatina?« Cassie fängt an zu lachen. »Nein, Trixi, mit einem Dalmatina habe ich doch gar nichts zu tun.« Bernd schreit laufauf. »Wir nennen dich Cassie Meerschwein. Als du hier reinkamst, dachte ich zuerst, du wärst ein Meerschweinchen, weil du so klein bist.« Alle drei fangen an zu grinsen. Bernd Schäferhund und Trixi Dackel und Cassie Meerschwein. »Das finde ich super,« sagt Trixi. »Bernd, du hast immer die allerbesten Ideen.« Cassie stimmt zu und nickt. »Du hast recht, großer, schwarzer Hund. Ich bin wirklich nicht viel größer als ein Meerschweinchen.« »Es fängt mir jetzt schon an zu gefallen bei euch. Kaum bin ich hier und da habe ich schon einen passenden Namen. Juhu, was habt ihr denn so den ganzen Tag zu tun hier?« Bernd antwortet, »na ja, wir untersuchen den Garten, ruhen uns viel aus und erleben die lustigsten Abenteuer zusammen.« Oder etwa nicht, Trixi. Trixi stimmt Bernd zu und spricht, »Komm, Cassie Meerschwein, ich zeige dir den Garten. Dann kann ein Bärenchen sich etwas ausruhen.« »Sehr gerne,« sagt Cassie, »aber ich bin auch etwas müde von der langen Fahrt hierher zu euch.« »Es geht ganz schnell, Cassie,« sagt Trixi. »Ich muss dir auf jeden Fall an der Eiche meinen Lieblingsplatz zeigen. Dort haben wir morgen auch eine große Aufgabe. Dabei musst du mir helfen. Dies ist noch eine Überraschung.« Die beiden laufen doch länger als erwartet durch den großen Garten. Und Cassie lässt sich von Trixi Dackel alles zeigen und erklären. Bis beide anfangen, erschöpft, aber zufrieden, zu gähnen. Bernd liegt auf der Terrasse und döst vor sich hin. »Komm schnell, Cassie«, spricht Trixi Dackel. »Das war genug für heute. Wir geben Bernd Bescheid und dann gehen wir zu dritt schlafen. Ich bin total kaputt.« Ein Glück freut sich Cassie Meerschwein. Länger hätte ich auch nicht durchgehalten. An der Terrasse angekommen, wartet Bernd schon auf die beiden Hündinnen und begrüßt die beiden freundlich zurück. »Und, wie hat es dir gefallen, Fräulein Meerschwein?« »Dank gut, lieber Bernd. Ich freue mich schon auf morgen.« Trixi fängt an, laut zu gähnen. »Komm, ich muss mich jetzt hinlegen, denn ich will ja fit sein. Für morgen, für unser neues Abenteuer.« Und, wie war das, für unser neues Abenteuer. Vielen Dank.